Mindestens jede zweite Corona-Ansteckung in der laufenden Woche dürfte nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts bereits auf die ansteckende Delta-Variante zurückgehen. Der Anteil von Delta an einer Stichprobe aus dem Zeitraum 14. bis 20. Juni beziffert das RKI in einem Bericht vom Mittwochabend mit rund 37 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor, als es noch 17 Prozent waren. Insgesamt setzt sich damit der deutliche Zuwachs des Delta-Anteils seit Ende Mai weiter fort. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland zwar rückläufig, Fachleute befürchten jedoch eine Trendumkehr mit zunehmender Delta-Verbreitung. Zum Schutz vor schweren Verläufen durch Delta sind vollständige Impfungen, also der Erhalt der ersten und auch der zweiten Dosis, wichtig, wie unter anderem Daten aus England zeigen. Bislang ist etwa mehr als ein Drittel der Bevölkerung hierzulande vollständig geimpft.